Kannst du mir irgendwas über dich erzählen? Wer du bist, woher du kommst? Weißt du deinen Namen? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Tag 1 Frischling. Raus aus den Federn. Was ist das hier? Wir kommen auf der Lichtung. Wer hat uns hergebracht? Wissen wir nicht. Was ist da draußen? Ihr könnt mich nicht einfach hier festhalten. Ich kann dich nicht gehen lassen. Warum sagt keiner, was da draußen ist? Das Labyrinth. Jeden Morgen, wenn sich diese Tore öffnen, suchen die Läufer einen Weg nach draußen. Niemand hat bisher eine Nacht im Labyrinth überlebt. Was passiert mit ihnen? Wir nennen sie Griever. Wir gehören nicht hierher. Irgendjemand hat das Labyrinth gebaut. Es wird Zeit rauszufinden, womit wir es hier zu tun haben. Du bist nicht wie die anderen. Du bist neugierig. Was ist das denn? Das ist der erste echte Hinweis. Wer weiß, wohin uns das führt. Ein Mädchen. Thomas. Alles hier hat sich verändert, seit du aufgetaucht bist. Was, wenn wir aus einem bestimmten Grund hier sind? Die Tore schließen sich nicht. Sie sind hier. Die kommen so lange wieder, bis sie uns alle getötet haben. Lasst uns abhauen, auch wenn wir dabei sterben. Du checkst es einfach nicht. Wir sind längst tot. Die Tore. Bist du dir sicher? Nein. Thomas! Wir kommen hier nicht raus. Sie lassen uns nicht. Alles hier hat sich verändert, seit du aufgetaucht bist. Ein Mädchen. Thomas!